Was ist los? Woher kommt der Schuss rein? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag karten gehen? Nein. Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in Dichterfolge am Brandenburger Tour und am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von vor kommt der Beschuss. Ich habe noch keine Hilfe, ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Denken Sie wissen, dass Berlin auf der Artilleriefeier ringt? Nein. Was sagen Sie? Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin in Wilhelm Agnera. Ich bin hier aufgeregt. Wir müssen so eine Eisenbahnbatterie an der Uhr haben. Der Verein hat keine Eisenbahnbatterie an der Uhr. Es hat sich hier nicht nur Färbfeuer. Der Divisionsgeflechts hat den Flakabzugung gemeldet, dass sich hier um Geschütze in Nordiskalibers 10 bis 12 cm handelt. Die Russischbatterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja auch 12 Kilometer bei Jungsbecken. Ist der Rösser schon so nah. Man müsste die ganze Lüfte vom Führungserfahrt aufreisen. Das ist unerwartet. Unerwartet. Der Rösser steckt 12 Kilometer von Stadtkampf. Und ich erfahre, dass er zwei auf Nachtfrag. Mein Führer, vielleicht haben Sie das ja wirklich am Paufeuer. Sie erwähnten eine Heimatbatterie an.